Mein Name ist Franziska Gauklitz-Kohls. Ich bin in der Abteilung Personal- und Fachkräftemanagement als Personalreferentin tätig. In unserer Abteilung geht es um das Personalmanagement der LEG. Wir haben verschiedene Handlungsfelder, das sind zum Beispiel ressourcenorientiertes Personalmanagement, Mitarbeiter- und Führungspotenziale, Erkennen und Fördern, Thema Chancen für den Nachwuchs, ganz, ganz wichtig und natürlich unsere Personalpolitik für den Menschen. Wir sind natürlich auch dafür da, den Mitarbeitern zu helfen, sie zu unterstützen. Also das ist etwas, was mir auch am Herzen liegt. Sehr abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Man weiß eigentlich am nächsten Morgen nicht, was einen erwartet. Unser Team besteht aus etwa zehn Personen. Wir arbeiten motiviert gern zusammen. Wir stellen uns jeden Tag eigentlich neuen Herausforderungen und das Personalmanagement ist eigentlich nie langweilig. Ja, ich habe einen sehr ergonomischen Arbeitsplatz. Ich kann mir auch neben dem natürlich meine Arbeitszeit frei einteilen. Man kann sehr viel mitwirken, aber auch bewirken. Die LEG ist ein attraktiver Arbeitgeber, weil ich meinen Beruf und die Familie sehr gut vereinbaren kann. Natürlich auch leistungsgerecht entlohnt werde und die Möglichkeit habe, mobil arbeiten zu können. Ja, wenn Sie in der LEG Thüringen gemeinsam mit uns voranbringen wollen, dann halten wir Sie herzlich willkommen. Weiter geht's mir nur di stolperform. Ich habe es mir Tüfe für! Ruhigen aus. wahrscheinlich kein垢控室. Ich habe vorne, der wir Sie minden, nicht nur vielleicht einen alternativen Nach agrees also an die Zeitung und님이 an mein Herz castelle Untertitelung des ZDF, 2020